21 Uhr 22. Ich fuhr mit meinem Fahrrad zum nächsten Laden. Kann mich nicht umdrehen. So, geparkt. Du, wer bist du? Okay, haben wir das geklärt? Oh, ich hab das hingelegt, das Fahrrad. Kann ich mit dem Fahrrad? Naja, es wird nicht gehen. Ich muss immer anklicken, ne? Und ich glaube, ich lade rein, oder? Ah nein, es geht automatisch. Kann ich mit dem Fahrrad? Warte, wir müssen einmal drehen. Ich hab einen riesen Wendekreis mit so einem Fahrrad, ne? Das ist leider so. Ja. Hallo. Ich bin's. So. Moin, Meister. Ich bin hier, äh, ich kauf einen, ne? Wunderbar. So. Ich nehm' das hier. Fahrräder sind hier nicht erlaubt. Du bist nicht erlaubt. Das brauch' ich auch. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Fahrräder sind hier nicht erlaubt. Ja. Hallo. Hey, Kleiner, arbeitest du hier? Ich kauf' hier nur einen. Vielleicht, warum? Ich suche gerade Sam für meinen Sohn, aber ich kann einfach keinen finden. Ich kann gerne welche für sie holen. Oh, wie nett von dir. Ich bleibe dann genau hier. Nimm deinen scheiß Sam 4. Nimm deinen Sam 4. Sehr gut. Das ist es. Vielen Dank, Kleiner. Und Dims? Chokoschips nimmt sie auch noch. Huch, Entschuldigung. Was macht ihr hier? Und wer mal vom Teufel spricht? Turner und Andy? Alter, deine Freundin war hier. Sie ist gerade gegangen. Eine Freundin? Wie war ihr Name? Kara oder irgendwie so. Die? Alter, ich hab' dir gesagt, dass sie sich nicht mehr daten. Oh ja, er kann so schnell mit dieser anderen zusammen. Ich habe das gar nicht realisiert. Hör' nicht auf ihn, aber ehrlich, sie hat sich krass viele Drinks gekauft. Ich glaube, die schmeißt ne Party. Weißt du irgendwas davon? Bro, die sieht so viel älter aus ohne Make-up. Richtige Milf-Energy, Bruder. Bah, ne, ich glaub', die ist mehr so'n Goth. Goth-Milf-Energy? Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Ja, die sind fertig. Naja, was machst du sonst noch so heute? Einfach chillen. Ich pass' auf das Haus von diesem Carsten auf. Du meinst bei Alec? Er geht mit meiner Schwester zur Schule. Abgehört, der Typ hat nen Schaden. Besonders seit, sich seine Eltern getrennt haben. Ja, ich wünsch' euch viel Spaß. Alles klar, Mann. Wir sehen uns dann am Montag in der Schule. Bis dann, Andy. Andy. Randy. Hier, kauft euch ein paar Bananen. Hier. Ja, gesund. Dass du gesund lebst, versuche ich. Hier. Nimm auch die hier, Andy. Ja, kauf ein. Hier. Ja. Guck nicht so. Hier, ein Apfel tut dir auch mal ganz gut. Birne. Was ist das gewesen? Eine Kartoffel? Was bist du? Kartoffel. Hier, nimm einen Einkaufswagen. Äh, Korb. Entschuldigung. Ja. Du hast auch noch einen. Ja, damit ihr einkauft. Warum steht ihr hier so doof rum? Lass das jetzt. So. Haben wir das geklärt? Was brauche ich? Ich brauche Ketchup. Ricey Spicy. Wir brauchen Hundefutter, ne? Also. Ranch. Ich weiß nicht, was Ranch ist. Ranch. Was ist Ranch? Ranch, Ranch. Sind das so? Milch brauchen wir auf jeden Fall. Wir nehmen die... Malk nehmen wir. Wir nehmen natürlich die Malk. So. Ähm. Eier. Ranch. Ranch, 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 Ranch. Spicy. Instant Nudeln. Das müsste Mayo sein, ne? Real Mayonnaise oder so. Curry Soße. Chips. Was guckst du so? Was möchtest du von mir? Ja, besser ist. Die ist nicht ganz gesund. Die Milch plöppt raus, wenn ich so mache. Kann ich da rein? Ne. Hast du Ranch hier? My friend. Ranch? Ich weiß nicht, was Ranch sein soll. Ich habe auch noch nicht die Eier gefunden. Ketchup war, glaube ich, auch noch auf der Liste. Ketchup ist auf der Liste. Nehmen wir mit. Müsste das sein, hoffe ich. Fall richtig rein. Schade, geht nicht. Schoko. Schoko. Spread. Das müsste ein Cornflakes sein. Schoko Shops. Cops. Aber die heißen hier anders. Spread. Müssen wir gucken, ob wir diese Spreads auch finden. Molly. Molly. Hallo, ihr... Ah, ihr seid so fertig. Ihr blockiert auch noch die ganze Scheiße hier. Ne, das müssen die sein, glaube ich. Nein, damit scheiß drauf. Wenn die das nicht sind, hat er Pech gehabt. Der kriegt, was er... Was ich ihm hole. Rice. Spicy. Putzmittel. Klopapier. Pitus. Was bist du? Erbsen. 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 Für Hundefutter auch? Ne, Strawberry Jelly noch? Was? Mit wem rede ich? Hä? Rice. Rice, Rice, Rice. Habe ich doch auch irgendwo gesehen. Hier ist Rice. Aber den von Onkel, ne? Will er haben. Uncle Tonys only. Das sind die hier. Uncle Tonys. Hier, zack, whoop. Haben wir auch drin. Super. Das sind die Eier. Haben wir die jetzt drin? Scheiße, ich weiß es nicht. Ja, haben wir. Zweimal Bio-Eier, die guten. Scheiße. Oh, hier läuft was ganz schief. Ja, super. Ein Ei raus. Hallo, Choco-Chips. Gut, dass das nicht buggy ist. No way. Thunfisch-Milch. Thunfisch-Milch. Sando Pop. Irgendwelche Joghurts. Müssen noch die Marmelade auf jeden Fall. Und, und, und. Ranch. Was ist denn Ranch? Sag doch mal, was Ranch ist. Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt echt gucken, was Ranch ist. Das Dressing. Oder bin ich jetzt kom... Warte mal. Warte mal. Ranch-Übersetzung. Essen. Scheiß drauf. Ich packe die Dings ein und gut ist. Ich nehme einfach die Dings mit. Hier, die, sag mal, die, ähm... Das Dressing. Ich finde schon irgendwo Dressing. Mayo ist Dressing. Hier, warte. Da steht auch Ranch drauf. Ich hab's, siehste. Wunderbar. So, und dann konnten wir noch die Marmelade. So, und dann... Also, wir haben Ranch, Marmelade. Wir haben die, äh, äh, Schoko-Sprats. Wir haben Milch und Eier. Get Garden Peace. Heiß. Äh, müsste fiesig sein, ne? Honig auch noch. Hätte ich fast den... Honig hab ich noch gar nicht hier gesehen. Ist das Honig? Honey. Das könnte aber auch Erdbeermarmelade sein. Er ist das gleiche. Spielt gar keine Rolle. Ricey-Spicy-Chicken. La-la-la-la-la. Ketchup hab ich, Rice hab ich, äh, Honey hab ich. Nur noch Garten... Äh, Pies. War ausverkauft. Was haben wir denn hier überhaupt? Ist das Alkohol? Das ist Alkohol. Wir nehmen uns gleich Alkohol noch mit. Ach, hier haben wir auch noch was. Mayo, Instant, Nudeln. Energy Drinks. Die, die geht mir ein bisschen, ne? Die zoomt hier die ganze Zeit so vor sich hin. Das gibt's ja nicht. Wein oder so. Wir können ja auch das gute Hundefutter nochmal mitnehmen. So nen ganzen... Ganzen Sack voll, oder? Wir durften uns ja irgendetwas aussuchen und mitnehmen. Sahne. Braucht er nicht Sahne? Tja, was nehm ich mir denn mit? Die Schoko-Chips. Die machen mich wahnsinnig. Machen die mich. Das sind Cookies. Cookies könnte ich mir mitnehmen. Oder aber auch... Das Zeug. 3,99. Jo, Männers, was geht? Die stehen da immer noch im Blockieren. Nauata Cookies. Peanut Butter. Sugar. Rents. Cookies. Bread. Bread hab ich auch noch nicht gesehen. Drinks. Peanut Butter. Fruit. Das stimmt vor allem überhaupt nicht, ne? Wo sind denn hier Früchte? Die haben das mit den Schildern vollkommen verkackt. Haben sich bestimmt entschlossen, dass sie das da nochmal ändern. Ach, das sind Brot, äh, Brötchen und so. Oder? Ne, das sind Zwiebeln. Macht der Korb ein bisschen Sorgen. Hier, pack das große Zeug noch mit ein. Es war zu schwer. Außerdem denke ich nicht, dass mich Carsten darum gebeten hat. Sollen wir denn nochmal so ein Hundefutter mitnehmen? Ach, schade. Das geht aber. Ach so, das war der andere Reis. Ne, weg damit. Soll der gleich selber aufräumen. Ricey Spicy. Kann ich, das kann ich aber alles einpacken. Nur bei ein paar Sachen meckert er dann. Was haben wir denn hier alles? Erbsen? Ein paar Erbsen oder so? Aber muss auch ein bisschen Ordnung schaffen hier. Ich weiß nicht, was er meint hier. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich nehme das mit. Ich hoffe, ich bin dann fertig. Ich hoffe, der geht mir dann nicht mehr. So, und für mich irgendwas. Äh, oh, Kippchen, warte mal. Guck mal, können wir da hin? Ne, da komme ich nicht dran, leider. Okay, dann nehmen wir uns noch hier so ein Bierchen mit. Ach, shit. Hier. Schade, geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Wo waren die Chips? Ich weiß es nicht mehr. Hier, so ein Bier oder so? Ach. Cookies. Jawohl. So, wir sind fertig. Ich wünsche was. Ja, ich bring mein Fahrrad gleich nach draußen. Mach ich. Mach doch die Tür auf. Hallo. Wir müssen noch mal kommen. Ach, shit. Er lässt mich nicht raus. Bring dein Fahrrad nach draußen, bevor ich die Polizei rufe. So, pass mal auf, mein Freund, ne? Jetzt reden wir mal Tacheles hier. Fahrräder sind nicht erlaubt. Ich muss dich darum bitten, dein Fahrrad... Ach, so ein Scheiß. Ich kann den nicht hier... Oh, wie blöd ist das denn jetzt? Scheiß, du. Mann. Da geizt kragen, du. Ups. Ich sag ja, ich hab einen ganz bescheidenen Wendekreis hier. Ups. Oh, 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 oh. Das war, glaub ich, nicht geplant. So. Hab ich mein Fahrrad auch nach draußen gebracht. Jetzt kann ich die ganze Geschichte noch mal einpacken. Aber jetzt nehmen wir auch einen anderen Korb. Geht nicht. Hat die mir jetzt was untergejubelt oder geklaut? So, wir nehmen erstmal die kleinen Teile hier. War das... Nee. Handpiece. Weiß nicht, was das ist. Scheiß drauf. Brauch ich nicht. So, my friend. I take this shit und ne Marlboro hier. Was war denn da? Was liegt denn da? Hier so ein Snickers. Was ist denn... Ach, egal. Komm, hier. Soll ich dir das abziehen? Ja, zieh mir das einfach ab. Ich hab nicht alles sofort bekommen können. Ach, ich glaub das nicht. Was fehlt mir denn noch? Dieses... Dieses Peace, ne? Erbsen. Klar sind das Erbsen. Natürlich. So blöd. Natürlich sind das Erbsen. Warum hab ich Ketchup? Ah ja, Ketchup war richtig. Erbsen waren hier. So blöd. Steht das da drauf? Da steht sogar drauf. Zieh mir das mal richtig ab hier. Ich kann dich nicht einmal sehen. Will der mich jetzt komplett verarschen? Ich kann dich nicht einmal sehen. Hä? Nee, du kannst mich nicht mal sehen. So, jetzt oder was? Hä, ist der blöd oder was? Was ist denn mit ihm? Gib mir das. Gib mir das. Gib mir das. Was, du kannst mich nicht sehen. Wie, wie werde ich das Ding denn los? Ist der blöd oder was? Will er das jetzt so gepackt haben, dass alles... Boah, der bricht mich, ey. Ach, scheiße. Das geht doch überhaupt nicht. Ich seh mich doch selber nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was hier überhaupt los ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles habe oder nicht. Das sind die Erbsen. Die brauch ich auch noch. Ja, zieh mir das jetzt ab. Mir fehlen immer noch einige Sachen, sagt er. Die Aufgabe ist schwieriger als gedacht. Was fehlt mir denn jetzt noch? Ich habe die Eier, ich habe die Milch, ich habe den Honig, ich habe die Butter. Ich habe Dressing, ich habe die Schoko, ich habe das, ich habe Ketchup, ich habe was für mich. Was fehlt denn noch? Rice. Habe ich den Rice drin? Den Rice, den habe ich da hinten versteckt. Und was warst du hier? Keine Ahnung, ob ich das brauchte, aber ich packe es mal ein. Kokos irgendwas. Ach ey, die verarschen mich doch hier. Ich komme nicht weiter. Ja, mach doch einfach. Was für ein Moment. Ranch ist drin, Dings ist drin, die sind drin, dies, das drin, Eggs sind drin, Garden ist drin, Honey, Rice ist drin, Ketchup und Milch und so ist auch drin. Was möchte er denn jetzt von mir? Alter, Verwagter, ey. Und Scheiß hier. Mach deinen Scheiß selber, ich kaufe nicht mehr einen. So, ich mache das jetzt noch einmal. Ich mache das jetzt nach der Reihenfolge. Wir fangen an mit dem Ranch. Ranch ist drin. So, dann gehen wir zu der Strawberry, Berry, Marmelade, Marmelade ist drin. So, jetzt kommen die Chips für den Guten. Einfach zu groß. Dann kommt Milch und Eier aus dem Weg. So, hier Milch und Eier waren hier. Die guten Bio-Eier. So, dann wollte er den Reis, aber nur den von Onkel Fans haben. Haben wir auch am Start. Sauber. Äh, Honig fehlt noch. Die Bohnen kann ich direkt nochmal mitnehmen hier. Erbsen, nicht Bohnen, sondern die Erbsen. So, Honig war glaube ich hier. Aus dem Weg. Honig am Start. So, habe ich jetzt irgendwas noch vergessen? Ketchup. So, Ranch, don't forget, Milk and Egg haben wir. Soll ich dir das abziehen? Ich werde bescheuert, ey. Das einzige, was jetzt noch sein könnte, wäre, also das habe ich drin, das habe ich drin, das habe ich drin, dass das hier irgendwas anderes ist. Oh, Alec. Alec ist doch nicht der Hund, ne? Zecke hieß der Hund. Oder heißt sein Sohn Zecke? I don't know. Ich weiß gar nichts mehr. Dass das hier was anderes ist. Schoko Spread. Das könnten auch die Kekse sein, ne? Weil hier steht ja Schoko Shops drauf. Das könnten auch hier die sein. Das ist Pad Pad. Guck mal, Pad Pad haben wir hier auch. Pad Pad war aber letztes Mal Hundefutter und nicht Katzenfutter, ne? Ich werde nicht mehr. Ich komme nicht, ich komme nicht weiter. Spreddy? Meint der das? Nein, auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Nehme ich trotzdem mit. Was steht da? Ich kann mich auch hinknien. Crackers. Geh aus dem Weg. Instant. Kaffee oder so. Spicy Ricey Chicken Curry Sauce. Instant Nudeln. Jot. Guck mal, hier ist Chaos. Ich war das nicht. Rice. Boah, meint der den? Der sieht ein bisschen anders aus, ne? Boah, Manners. Lass mich doch auch einfach mal durch. Sweet Corn. Hey. Ich habe keine Ahnung, was er möchte. Runner. das gute Runner. Nut. Boah, ich du, du, du dir auch gleich ein, ey. Schoko Spreads. Gar nichts. Das kann er reinpacken, was auch immer das ist. Das ist Pat Pat. Vielleicht meint er das. Jetzt sagt er mir das wieder. Nimm doch deinen Scheiß dann. Spiel ist unschaffbar. Ja, du willst es mir doch nicht abnehmen. Ey, das bricht mich. Das kann doch nicht sein. Hier, Jungs. Ja, frag dich mal was. Ja, ist mir egal. Hier. Ja, egal. Hier, nimm doch auch den noch. Ja, Pech gehabt. Ich muss jetzt noch mal von vorne anfangen. Ich habe sonst keine Ahnung, was hier los ist. Ranch. Ranch. Jelly. Jelly. Ist doch Jelly, oder? Scheiß, sehe ich nicht. Da steht auch nichts. Aber sieht aus nach, nach, äh, äh, Erdbeermarmelade. Das sind Crackers. Jetzt kommen seine Schokospreads für Alex da. Milch und Eier. Riesen Chaos im Laden. Ich weiß nicht, was die hier machen. Was ist das denn hier? Heiße Ware, oder was? Oh, wir nehmen die Eier. Diesmal Eier hier. Richtig große Packung. Die guten Bio-Eier. Aus dem Weg. Wir nehmen direkt aus dem Kühlregal. Nehmen wir diesmal die Fresh Milk. Mal gucken, ob es besser läuft mit Fresh Milk. So, Uncle Tonnies. Long Grain Rice. Und hier unten, was hatten wir hier? Ist das gleiche. Okay, nehmen wir den hier noch mit. So, dann haben wir Eier. Ähm, Rice. Und wir brauchen Honey. So, Honey ist auch eingepackt. Bam. Ketchup natürlich. Klar, hier Ketchup. So. Don't forget Milk and Eggs. Soll ich doppelt oder dreifach kaufen? Keine Ahnung. Ja, und jetzt brauche ich nur noch diese ähm, Schokospread Oh, Alec. Das können nur die sein. Was soll es denn sonst sein? Schokoshops. Oder sind das wirklich irgendwie hier die hier? Crackers. Original. Oder was auch immer das darstellen soll. Ey, das kann doch nicht sein. Mir fehlt immer noch einige Sachen von der Liste. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Nein, wir haben die Pais noch nicht. Äh, die Erbsen noch nicht. Tomatos. Was bist du? Weiß er selber nicht. Da ist irgendwo ein Captain drauf. Captain irgendwas. Das ist Thunfisch. Keine Ahnung. Sehe ich nicht. Hey, die läuft hier auch 500 Mal im Laden hin und her und hat noch nichts gekauft. Der geht es bestimmt wie mir. Die ist bestimmt auch blockiert. So, was ist jetzt, mein Freund? Nein, mir fehlt natürlich immer noch was. Hey, tut mir leid. Mir fehlen immer noch diese Schokospreads. Wir nehmen jetzt alles, was aussieht wie Schokolade. Nein, es ist auch alles nicht. Schmutz. Das gibt es doch nicht. Hey, Jungs, habt ihr Schokospreads? Ja, was, 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 was. Wo ist die, lalalala, Tante? Wo, wo ist die denn? Vielleicht weiß die, wo das ist. Ich kann ja auch noch nicht mal nachfragen, ne? Hier, da ist sie. Attacke, volle Möhre. Rein da. Die hilft auch nicht. Ich habe doch alles eingepackt. French, Strawberry, Jelly. Schokospread. Ach, guck mal, das haben einige gesucht. Das soll so Nutella mäßig sein. Und hier steht jetzt Kokosaufstrich. Was? Also entweder. Also, was heißt entweder? Diese, diese Chips sind es auf jeden Fall schon mal nicht. So. Die Chips sind es nicht. Das ist, entweder ist es hier oben das. Da steht ja auch Spready. Aber das hat er vorhin ja auch nicht angenommen gehabt. Oh, mein Gott, es funktioniert. Holy shit. Oh, das hat mich jetzt echt gebrochen, ne? Ja, bitte. Ich kaufe mir auch nicht selber. Ist mir egal. Einkauf bei Knacks. Schönen Tag noch. Du hast einen Knacks. Das sage ich dir, mein Freund. Du hast einen Knacks. Dein Scheiß hier. Patt, patt hier. So ein Müll. So, Jungs, ich hau rein, ne? Was ich versuche zu tun? Quatschen? Lady. Die guckt mich auch immer an, ne? Die ist ein bisschen gruselig unterwegs. Habt ihr im Auge? Kassierer. Wir sehen uns. Boah, hat mich das gebrochen jetzt. Holy moly. So, wir fahren jetzt einfach mal hier hin. Mal gucken, was das Spiel mir dann sagt. Es wird dunkel. Okay. Wir laden rein. Wir sehen uns.